Musik 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 Tschüssi Pobeller Schön mit dir Puh Fuck Der Nächste abgefallen Na gut, der Nächste ist ja der Erste Was ist los mit dir? Achso, du musst wieder hoch, komm Dann hat man nach das Gerät Das sind wir aber grad noch so weggekommen, ey War dort der Tag? 22 Minuten? Das ist okay Oh, haben wir grad noch so gepackt, ey Das ist gut, dass er sich abgetreten hat Der hat wohl keinen Sprit mehr, hä? Und Felix Feder haben wir vom Himmel geholt Geil! Da gibt's glaube ich eine Extra-Belohnung, wenn ich mich nicht täusche Wunderhübsch Und da Flugplatz ist in Sicht Paner raus Und Forstbullen Wir brauchen unser Treibschiff zu schnell auf So Ganz sanft bitte Lieber Exos Sonst gibt's Haue Wunderhübsch Ja, sieht ein bisschen zu flabberbar aus, aber Wir haben's überlebt, ne Wo ist die Wurbel verwundet? Alles ist ja gewohnt von Maun & Bleed, dass er mal den ersten Schuss abträgt Von daher So, da haben wir besiegt Den guten Herren Da gab's 3000 Geil 3000 Pfund Da haben wir 6000 Oh, 11.000 What? What? What the fuck? Was ist das? 11.000 Pfund So, nehm ich Nehm ich Da können wir uns ja kuhärisch ausrüsten Geil Neue Fähigkeit, neue Fähigkeit Fotos aus mittlerer Höhe Geil Geil, geil, geil So muss das sein So, Einsatzbericht Oh mein Training Ne, Kuhausrüstung Da schauen wir doch mal, ob wir unsere ganzen lieben Leute hier verbessern können Komplette Kompl... Komplette Ausrüstung Hier, erweitertes Set Brauchen wir 8.000 Erfahrungsrunde Schade, haben wir noch nicht Felix Hat... Ja... Nichts, okay Was haben wir hier? Erweitertes Navigatorset Haben wir hier bei ihm schon? Hochklarifiziertes Panzer Das brauchen wir nicht Also haben wir auch schon Haben wir auch schon Klimo Einfaches Panzerset Was haben wir hier? Einfaches Mg-Schützen Einfaches Set für Panzerung Ne, das brauchen wir nicht Hier, erweitertes Set für Mg-Schützen Ne, das brauchen wir nicht So, wir haben hier erweitertes Set für Bomberschützen Das wäre dies Kostet uns 310 Pfund Lachhaft bei 11.000 Jetzt kann ich die große Klappe haben, wo wir wieder Knete haben, ne Zack Ja, Flugzeug Dann können wir hier eigentlich mal bitte Schrauben und düdeln und müdeln Wird ja mal Zeit So, was haben wir denn hier außen? Wir haben hier außen Äh, wir nehmen Standard-Moto MK3 Vielleicht Eventuell Da können wir 3.000, ja Innen haben wir ja die Dinger schon Genau, da können wir das Ding jetzt in den Klapp aufrüsten Wunderschön Dann sollten wir auf jeden Fall die Geschütztürme endlich machen So Da muss er wieder Munition holen gehen, ne Also wir bleiben bei dem So, Bauchgeschütz Könnten wir rein täglich für 2.600 verbessern Wird er uns 50 Kilogramm wiegen Und er hätte Munition, ja Das hört sich gut an Und das hört sich auch gut an Jetzt sind wir erstmal wieder ein bisschen safer mit den Kanonen Wir hätten vielleicht was in der Panzerung reinstecken sollen Aber egal So sind wir erstmal wieder bereit Für die nächste Mission Ab zum Farmen Wir brauchen mehr Erfahrungspunkte Weil wir brauchen den größeren Tank Und für den Tank brauchen wir Was? Ausrüstung, Systeme, Treibstoffsysteme Wir haben Den zweiten drin, wir brauchen mindestens den dritten Selbstdichtender Treibstofftank MK3 Ui Also wir brauchen noch 50 EP Dann könnten wir reindeutig erst probieren Die MK3-Mission, äh Die nächste Mission zu machen, aber Ich weiß nicht, ob Das Level unserer Crew noch sehr sehr weit unten ist Also ich trau mich doch noch nicht so ran, ne Na gut, wir probieren was noch Wir probieren die nächste Mission Bremer Panzerfabrik Klar, warum nicht? Unsere Crew muss farmen Und Level Und was auch immer So Dann geht Felix Beuler wieder aufs Geschützbüro Du gehst nachladen Oh, die ist so schnell, das ist so geil Die rennt ja noch ins Flugzeug Als wäre Wurde sie hier beim Marathon sein Du gehst irgendwie nachladen Oh Gott, ist der träge Alter Abheben Und wir könnten jetzt Fotos aus mittlerer Höhe machen Ein theoretisch So, Vorberg ein Ab nach Bremen Die werden sich freuen, wenn wir vorbeigeflogen kommen Ha ha So, schön hochgeläuten Sind alle voll Dreie, Dreie Wimwood 900 Ja, der Der hat Wenn wir das Das MG hier hinten erweitern Haben wir das Problem Dass dann diese Dieses Ding immer hier drin ist Also diese Linien Also diese Versorgung Automatische Versorgung So müsst ihr aufstehen Munition und wir zurücklaufen Das würde ich gerne vermeiden Weil Klima mag nicht so gerne laufen Nicht wahr Klima? Nicht böse sein So Ich glaube, da weiß ich, dass ich beim nächsten Training gegen Klima aufs Maul bekomme Das könnte ich schon mal wetten, ey Naja, so ist das halt, ne Was ich nicht, das liebt sich So, wir haben bessere gepanzerte Motoren Wir haben bessere Geschütze drinnen Ansonsten hat sich nichts verändert, ne Außer das Level hat sich gesteigert Neuer Kurs gesetzt Ich glaube, wir will Funkabotagen und schweifen hier Neue Gefahrenstelle auf der Kalle eingesetzt Hast du? Zeig mal Da ist die Gefahrenstelle Ne wer seid ihr denn? Wollte ich mit meinen neuen Portengeschützen anlegen? Viel Spaß Oh, ich werde gleich wieder schlecht, wenn ich das Flakfeuer sehe Oh, ich werde gleich wieder schlecht, wenn ich das Flakfeuer sehe Können die die vielleicht mal abschießen? Das sind drei Jäger Das sind drei Jäger Aber die Flakke ist zu weit unten, wir können sie erwischen Aber die Flakke ist zu weit unten, wir können sie erwischen Aber die Flakke ist zu weit unten, wir können sie erwischen So Klimo, wie sieht's denn aus? Machen wir Fokus rein Tschüss So, da ist unser Ziel Dann, Tobias Schön auf das Plätzchen gehen Lücke öffnen Bumpenhaus wählen Und warten bis wir da sind Plack voraus Joa, alles gut Die ist zu weit weg Weitkampfflieger Ja, lass uns erstmal schnell das Ding Bumpen bei den Monat wählen Achtung 3, 2, 1 Bumpen raus Jetzt ist es vielleicht wieder die Hölle los Jetzt ist es vielleicht wieder die Hölle los Der B-Tropfen Ist das in Ernst? Pilot Schurzflug Ähhh Oh, Klappe schließen Oh je, oh je, oh je Jetzt geht das wieder los Die werden eher alle hinter uns jetzt auftauchen Ich würde sagen Wie geht's dahin? Wir können nicht raus Moment noch nicht Da ist irgendwas abgefallen von mir Oh Gott Die kriegen wieder aufs Maul Oh je Irgendwas ist gerade wieder abgefallen Nur ein blaues Weichspiel Nur ein blaues Weichspiel Nur ein blaues Weichspiel Nur ein blaues Weichspiel Schnell nachladen Verletzten wir mit dem Kino Wunderschön Nächsten abgeschossen Zwei Maschinen noch Zwei Maschinen Nein Wir werden nicht abbrechen Der schickt uns ja wieder Fotos machen oder? Irgendwas ist ein Blödsinn dass sie sich wieder einfallen Sagt nur kurz So Na klar Warum nicht? Die Elektronik spinnt bei uns ganz schön oft da Ich sag das Abbrechen Und der nächste Pubella im Arsch Na toll Wir können nicht mal einen Sturzflug machen Der Tank ist beschädigt Shit Oh Gott der braucht ja ewig bis er da ist Na geh erstmal hier reparieren Gut die Pubella ist aus Na gehst du wieder rein Oh du kannst eigentlich vorne wieder reingehen Du musst aufpassen Dass die uns vom Pubella segelt Ja die müssen wir rein schicken Wegen Marga einstellen Sonst schaffen wir es vielleicht nicht bis nach Hause Weil er uns ein Treibstofftank getroffen worden ist Oh oh Aufpassen dass ihn hier absegeln Und dann geht's es nicht bis nach Hause Und dann geht's noch mal an Und dann geht's da hin Und dann geht's noch mal an Dann geht's bis nach Hause Und dann geht's noch mal an Und dann geht's noch mal an Untertitelung des ZDF, 2020